Alle zwei Jahre sind die Kaumberger Burgschauspieler auf der Aaraburg aktiv. Heuer spielt sich das köstlich-komödiantische Geschehen im Himmel ab. Die Premierenbesucher waren restlos begeistert, obwohl möglicherweise nach dem Stück nicht mehr alle in den Himmel wollen. Auch der Bürgermeister schätzt seine Theatergruppe. Mit dieser Gemeinschaft bringen sie natürlich auch in unserer Bevölkerung eine Zusammenhaltigkeit, die wunderbar ist. Sie bringen ein kulturelles, schönes Leben bei uns und gleichzeitig erhalten sie mit dem, was sie da einnehmen, auch noch die Burg. Da kann ich nur froh sein als Bürgermeister, wenn wir so einen Verein haben, der so viel leistet. Das turbulente Treiben hat die Regisseurin Uschi Nockieri auf die Spitze getrieben und ist alles andere als himmlisch. Also bitte, ich press jetzt. Lass mich aussehen. Mei, jetzt reint der schon wieder aufs Häusel. Warte verstanden. In Kürze Neuzugang mit erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen. Over. Der Engel mit Landungsschwierigkeiten macht so einiges mit. Oh, holy shit. Shine, holy shine. I think my holy shine is a little bit so ramp on here. Glücksspiel und Alkohol gibt es also dort auch. Und der Höhepunkt ist ein schwangerer Engel. Wie, wieso ist heute Nacht was los? Muss man sich als Frau sehr verstellen, wenn man einen Engel spielt? Natürlich nicht, wenn man schauen soll. Nein, also es war schon, die Rollen sind sehr individuell gestaltet worden und somit hat zutreffend auf alle Schauspieler angepasst. Und somit war es eigentlich nicht so schwer, eine Rolle reinzufinden. Auf alle Fälle eine tolle neue Erfahrung. Ich habe selbst bereits dreimal bei Alleintheater mitgewirkt in einem anderen Ort. Aber hier jetzt auf der Burg ganz eine neue Erfahrung, eben auf professionellem Niveau. Aber fliegen könnte noch nicht. Wir sind noch beim Probieren. So die Fashionmusiker eng in Form werden. Und wo ein Himmel, da auch eine Hölle. Ja, ich denke, da lassen wir eine Person auferkommen, die auf der Welt schon nichts gescheites zusammenbrucht hat. Ein Fußballer von der Österreichischen Zeitung. Welche Voraussetzungen braucht es eigentlich, um einen Teufel zu spielen? Naja, man hat ja im Programmheft gelesen, dass ich politisch tätig bin und das ist eine der Grundvoraussetzungen. Der Geist meiner Gartin verfolgt mich bis in Himmel. Lasst mich ausziehen! Na, da wird es wieder euch eine Arbeit haben, bis die irrischen Gäbzhandel zogen sind. Tusender Premierenapplaus. Das Stück läuft noch bis 13. August. Generell ist es natürlich bei Amateurgruppen so, dass man das Herz dabei spürt. Das Herz, die Leidenschaft. Sie machen das alles nebenberuflich, neben Jobs, Ganztagsjobs, Familie und so weiter. Und das muss man wirklich hoch anerkennen. Und es ist ja eine herzliche Truppe in Kauenberg und ich fühle mich auch da sehr wohl. Diese Produktion war doch ein bisschen außergewöhnlich. Ja, das stimmt schon. Es war ein tolles Stück. Aber ich habe noch sehr viel dazu gebaut und dazu erfunden. Und dadurch ist es für die Schauspieler natürlich schwieriger geworden, aber vielleicht auch bunter. Und es waren halt einige, sagen wir mal, Überraschungen während der Produktion. Was waren da für Überraschungen? Das erste war eine Schwangerschaft, die dann halt doch schon sichtbar geworden ist. Das heißt, man muss einbauen. Und das zweite war, dass eine Schauspielerin plötzlich eine dringende OP hatte. Eine größere auch, wo man gar nicht gewusst hat, ob sie nachher noch dabei sein kann. Aber es hat auch das gut geklappt. Und das war, wo man gar nicht gewusst hat, wo man gar nicht gewusst hat, wo man gar nicht gewusst hat. Und das war, wo man gar nicht gewusst hat, wo man gar nicht gewusst hat, wo man gar nicht gewusst hat.